Entdecken Sie die Heilkraft der Yoga. Atem- und Entspannungstechniken helfen Ihnen, einen hohen Grad der Abgeschiedene zu erreichen. Spüren Sie die Reinigungskraft der Prana. Der Atem pulsiert in Ihrem Körper. Verteilen Sie die Energie im gesamten Körper. Eine Entspannung macht sich breit. Atmen Sie ein und atmen Sie langsam aus. Sie fühlen die Kraft der Ausgeglichenheit. Sie lassen die Geschehnisse an Ihnen vorüber gleiten. Atmen Sie ein und sammeln Sie Ihre Energie im Bereich der Solarplexus. Mit jedem Atemzug werden Sie merken, wie die Energie im Solarplexus ansteigt. Sie spüren das Energiezentrum. Sie fühlen sich entspannt und ruhig. Lassen Sie die nun angestiegene Energie zu Ihren Extremitäten fließen. Die Energie verteilt sich im gesamten Körper. Sie fühlen Sie in Ihren Armen und Beinen. Es fühlt sich wunderbar an. Sie spüren eine Wärme durch Ihre Füße und Arme gleiten. Nehmen Sie Ihre Kraft zusammen und atmen Sie durch das Zwerchfell. Die Energieaufladung vollzieht sich im gesamten Körper. Sie spüren Ihre Aura. Denken Sie dabei an eine helle Farbe. Zuerst an Gelb. Sie sind fröhlich und entspannt. Sie sind voller Lebensenergie. Das Gelb wandelt sich langsam zu Orange. Sie blicken voller Tatendrang optimistisch in die Zukunft. Das Orange hat eine wohltuende Wirkung auf Ihr Bewusstsein. Sie fliegen seicht in der Luft. Spüren Sie den Wind. Der Wind beflügelt Sie. Sie sind entspannt und fühlen sich von Sorgen befreit. Sie schweben. Sie fühlen die Energie im Bauchbereich. Beim Ausatmen entledigen Sie sich Ihrer negativen Energie. Denken Sie nun an Rot. Sie fühlen sich der Leidenschaft hingegeben. Das Rot steigert Ihre vitalen Kräfte. Sie bauen ein Energiefeld um Sie herum auf. Sie fühlen sich energiegeladen und stark. Strecken Sie Ihre Hände aus und fühlen Sie die Energiewelle in Ihren Handflächen. Versuchen Sie sich selbst mittels Energieübertragung an Spannung zu verschaffen. Sie stehen aufrecht, Ihre Handflächen zum Boden gesenkt. Versuchen Sie die Energie der Erde aufzunehmen. Sie spüren den Energiefluss an Ihren Füßen und Händen. Sie sind wie ein Schwamm, der die Energie aufsaugt. Visualisieren Sie Ihre Beschwerden und Schmerzen. Sie führen die angesammelte Energie zu den Schmerzpunkten und bearbeiten sie mit der pulsierenden Energie. Sie stellen sich eine Schubkarre vor. Laden Sie nun Ihre aufkommenden Schmerzen auf die imaginäre Schubkarre. Sie atmen aus. Sie bewegen die Schubkarre vom Schmerzpunkt aus hinaus aus dem Körper. Sie werden merken, wie sich der Schmerz in Luft aufgelöst hat. Professioneller Yoga-Unterricht bietet Ihnen der Helseher, Hiromant und Yoga-Guru Michael Rerex an. Wenn Sie eine Beratung, die Anfertigung Ihres persönlichen Psychogramms oder gar einer Sitzung wünschen, können Sie mich gerne anrufen. 0177 35 89 537 Ich stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.